. Ja, ich habe bereits eine weitere Abteilung. Du läufst vielleicht gerade so herum. Da habe ich rangiert. Und im ersten Rang habe ich das Wunder 68 eine enorm formatsstarke Kuh mit einer guten oberen Linie. Ganz langes Becken, breites Becken. Aber sie sind ganz sicher ausgezeichnet. Nebst dem korrekten Fundament ist die Verbundenheit vorne die Buchwand der Wunder.